Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video. Erstmal sind Tipps und Tricks. Ich weiß, was ihr da links öffnet, ist auch egal. Und zwar habe ich das mal gemacht. Wir waren beim Radio, es hat eigene Musik angefügt. Und jetzt, was macht ihr da? Jetzt zeigt ihr euch, wie man im Radio so einen eigenen Radiosender einbaut. Ist ganz easy. Wir gehen unter Romans 10. Programma 86. Äh, 19. Ist 19, ja. Er ist gerade über vor allem im Leben. Dann ist er da geprattert. Ähm. Dankeschön. Dann ist er unter den Datoren. Unter Musics. Dann sieht man hier schon, das Radio Nektar ist erstellt, weil hier Lieder drin sind. Ich kann jetzt mal hier aufhören, aber. Aufhören. Äh. Die quer rauskippieren. Und den Ordner mit auch löschen. Und da sind eigentlich jetzt hier die. Schon in Ordnung. Na komm. Vorsetzen. Oh, Junge. Ich habe das alles. Was rattet denn da jetzt auch da alles durch? So. Und dann erstellen wir hier einfach einen neuen Ordner, das wichtig ist, dass es klein geschrieben ist. Ich habe hier einen neuen Ordner. Er muss aber Administratorrecht schon haben. Und das zu ändern, weil es direkt im Spiel in den Dateien ist. Davon sollte man am meisten eigentlich gar nicht so viel ändern. Ähm. Ey. Okay. Okay. Das wird zu doof. Mal da mal neu. Dann mal schneller. Ähm. So. War gerade zu doof. So. Musics. Ähm. Da ein neuer Ordner. Ja. Äh. Ist ja unbedingt... Keine Ahnung. Test. Test. Gerade davon gesprochen, dass man sich klein schreiben soll. Ich habe das jetzt unbedingt einen Test, ja. Test. Test. Fick dich doch. Hallo. Äh. 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 Test. Danke. Für die Lieder ein. Ah. Huuu... So... Egli an jetzt. nicht machen ja komm so ist das schwarz wird starten wird er kein schwarz wird so ist mir egal start so so, ähm, wie sind wir da, so, was ich wieder mache, ich pass auf Start, kann man sich wieder aus, na, so, das ist ja noch, wow, jetzt kann ich mal 5 Wochen im Radion, schon anstrengend, das ist das Radio, oh nein, oh nein, da hat das Radio, ja, da ist es, oh Gott, wie ist das ein Testrad, wo wir vorhin erstellt haben, ähm, ja, das war's schon, bei diesem Video, wenn ich das Video von Alassian da schon sah, ähm, ja, wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel, oder Fragen habt, wie ihr mal Starts schreibt es in die Kommentare, wollt ihr dazu ein Video machen, also einfach, ähm, ja, so, wir sehen uns beim nächsten Mal, hollern, ciao, 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 ciao.